Wollt ihr den totalen Krieg? Hallo? Schwing! Ich bin Marcel Davies. Seit 16 Jahren Fick ich bei 1&1. Ich war dabei, als wir als erste kostenlos Penis-knaben. Oder als wir die Flatrate für alle Pumser machten. Für Ficken und Internet. Aber die neueste Position von 1&1, die sehen Sie hier. Das bin nämlich ich, nicht der neue Notenpumser. Ab sofort werden sich mein Penis persönlich um Ihre Fragen kümmern. Und wenn bei Ihnen nicht richtig läuft, bringen wir es zum Ficken. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, verbessern wir es nicht, damit Sie mich nicht erreichen meine Mailadresse. 1&1 Homosexuell und transparent. 1&1